Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 2. Februar. Die Theodor-Heuss-Brücke wird gesperrt, das Green Building in Wiesbaden nimmt Gestalt an und die Zahl der Drogentoten steigt drastisch. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ein fast bundesweiter Warnstreik schränkt am heutigen Freitag den öffentlichen Personennahverkehr ein. Vor allem auf den Verkehr in Wiesbaden und Mainz wird er erhebliche Auswirkungen haben. Für den Demozug wird die Theodor-Heuss-Brücke von 8 bis 15 Uhr gesperrt werden. Sie ist die wichtigste Verbindungsstraße zwischen den beiden Landeshauptstädten. Zu den Demonstrationen, die sowohl in Mainz als auch in Wiesbaden stattfinden, werden rund 4000 Teilnehmer erwartet. Die Abschlusskundgebung findet schließlich auf der Brücke statt. Die Stadt Wiesbaden bittet daher alle Verkehrsteilnehmer, die Brücke zwischen 8 und 20 Uhr weiträumig zu umfahren und die alternativen Routen nach Mainz über die Schiersteiner sowie die Weisenauer Brücke zu nutzen. Der Umbau des ehemaligen Duplex-Hochhauses in Wiesbaden kommt gut voran. Hier entsteht das sogenannte Green Building, in dem 65 Seniorenwohnungen geplant sind. Seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen sind in Wiesbaden ansonsten eher Mangelware. Alle Apartments bekommen einen eigenen Balkon, die dann üppig begrünt werden. Auch ein Bio-Supermarkt soll einziehen. Insgesamt elf Stockwerke wird das neue Green Building haben. Im ersten Stock soll ein mobiler Pflegedienst einziehen. Die Wohneinheiten sollen zwischen 32 und 87 Quadratmeter groß sein. Für Interessenten gibt es voraussichtlich ab dem Frühjahr die Möglichkeit, das neue Gebäude zu besichtigen. Fertig werden soll es im ersten Quartal 2025. Innenministerin Nancy Faeser würdigt mit der Auszeichnung Sterne des Sports den Judo-Club Wiesbaden. Beim bedeutendsten Wettbewerb für den deutschen Vereinssport zeichnet der Deutsche Olympische Sportbund alljährlich besonderes gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen aus. Der Judo-Club Wiesbaden landete hier auf dem vierten Platz und erhält neben der symbolischen Trophäe ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Der Judo-Club bekam die Auszeichnung für die Initiative Stronger Together. Es handelt sich um ein Patenprogramm des JCW für junge Sportler, die aus der Ukraine nach Wiesbaden geflüchtet sind. Wichtig ist für sie nicht nur der Sport. Vielmehr sollen den derzeit noch über 20 ukrainischen Jugendlichen auch Perspektiven in ihrem neuen deutschen Umfeld geebnet werden. Aktuell werden Projekt- und Ausbildungsplätze gesucht. An Schulen in Hessen gibt es heute die Halbjahreszeugnisse. In manchen Familien ist das ein Anlass für Streit und Stress. Experte Friedrich Harcourt ist Gründer eines digitalen Bildungsunternehmens. Er rät Eltern zur Gelassenheit, wenn die Noten nicht stimmen. Überhöhter Druck sei nicht hilfreich, sagt der gebürtige Wiesbadener. Viele Eltern würden nach einem Nachhilfeangebot suchen, das schnell helfe, und zwar in Form von verbesserten Noten. Ein gutes Nachhilfeangebot erkenne man jedoch daran, dass es schulischen Problemen ganzheitlich auf den Grund gehe und nachhaltige Verbesserungen anstrebe. So sollten auch Fragen wie Konzentrationsstörungen, Prüfungsangst und der Lerntyp in den Fokus genommen werden. Generell werde zu viel Aufmerksamkeit auf Noten gelegt, kritisiert Harcourt. Sie erzeugten zu viel Optimierungsdruck. Im Sommer geht das Fußballfieber wieder los, denn am 14. Juni steigt in Deutschland die Europameisterschaft. Und geht es nach den Organisatoren, soll nicht nur in den 10 EM-Stadien Partystimmung herrschen, sondern auch in den Fernzonen der Städte. Die Stadt Frankfurt arbeitet schon Pläne für Public-Viewing-Möglichkeiten aus. Unvergessen ist das Public-Viewing bei der WM 2006 entlang des Mainufers, als eine große Leinwand mitten im Main hunderttausende Fans auf beiden Mainufern anzog. Die soll es in diesem Jahr nahe der Friedensbrücke geben, diesmal allerdings nur in eine Richtung ausgerichtet. Zudem bieten zwischen Friedensbrücke und Eisernem Steg insgesamt 10 LED-Screens die Möglichkeit, bei allen EM-Spielen mitzufiebern. 1,4 Kilometer wird sich die Fanzone am nördlichen Frankfurter Mainufer erstrecken und Platz für 30.000 Fans bieten. Neben Public-Viewing sind Konzerte, Mitmachaktionen und Open-Air-Kino geplant. Ein besonderes Highlight wird der Floating Pitch, ein auf dem Main schwimmendes Fußball-Kleinfeld. Im Jahr 2022 starben so viele Menschen durch Drogen wie seit Jahrzehnten nicht. Genauer gesagt waren es 1.990 Menschen. Das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts. Seit Jahren steigt die Opferzahl kontinuierlich. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sie sich verdoppelt. Medikamente wie Benzodiazepine oder Fentanyl werden vor allem in der harten Drogenszene beliebter, sagen Experten. Besonders in Kombination mit anderen illegalen Drogen oder Alkohol ist das Risiko für eine Überdosis dann besonders hoch. Die meisten Menschen sterben durch Mischkonsum. Sie haben also nicht nur eine, sondern mehrere Substanzen konsumiert. Betrachtet man die Todeszahlen der einzelnen Drogen, ist besonders der Anstieg der Todesfälle durch psychoaktive Medikamente auffällig. Viele Substanzen sind heute außerdem leichter verfügbar. Dazu zählen zum Beispiel Narkotika wie Ketamin. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de. Vielen Dank! Vielen Dank.